Lass die Kleinen zu mir kommen und wehret es ihnen nicht, denn ihrer ist es immer reich. Ich verstehe immer noch nicht, warum er heute von Priester oder zu Bischöfen verlangt, dass sie hochstudiert sind, dass sie, wenn möglich, sogar noch den Doktortitel haben. Es entspricht gar nicht der Lehre Christi. Ja, sofern, wie es bisher war, dass man es in die Köpfe hinein gibt, das Wissen Gottes, oder man glaubt zu wissen. Dann braucht es schon Gelehrte. Aber der Heiland hat auch so ins Herz geredet. Und die, der Papst, die Bischöfe, die Priester, die es können noch ins Herz drehen, nicht in den Verstand. Denn der Sitz des Heiligen Geistes ist nicht im Hirn, sondern im Herz. Und das Yepes ist nicht im Iran. Vielen Dank.